Hi, willkommen. Ich habe gehört, es gibt jetzt die neuen Super Mario Kinder Joy Eggs und sie werden uns sehr viel Joy bringen. Sehr, sehr, sehr viel Freude. Vor allem hat mir vier Stück davon gekauft. Ich denke, es ist an der Zeit, zu sehen, was uns erwartet. Erinnert mich noch, als Kinder Joy Eggs Ei geführt wurde. Können wir darüber kurz reden? Es war das Sommer Ei. Auf einmal war es die Sache, dass im Sommer keine Ü-Eier mehr gab. Es gab nur noch Kinder Joy Eggs. Ich dachte mir anfangs, oh, das ist ja super cool. Ich habe eins probiert. Ich dachte mir, oh, die sind auch ganz nett für das, was sie sind. Nur haben sie irgendwie doppelt so viel gekostet wie ein Ü-Ei und man hat sehr viel weniger zum tatsächlichen Essen bekommen. Das heißt, ich habe mir in meinem Leben insgesamt zwei Stück gekauft. Okay, wir haben die Seite, in welcher sich die Schokolade befindet und die Seite mit dem Spielzeug. Lass mich erst die Schokoladenseite machen. Ich will... Warum hat man so einen dummen Löffel dabei? Ich hasse es. Oh, das ist die Spielzeug. Warum klebt das auf der Spielzeugseite? Äh, wir haben... Wir haben was bekommen. Das ist die treuigste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Was ist das? Das ist ein Teil, das man sich irgendwo ranklippen kann. Und dann habe ich eine Feuerblume immer bei mir. Ja, das ist was wert. Also auf jeden Fall, äh, ziemlich cooles Spielzeug. Und ihr denkt, die Firma Kinder weiß nicht mehr, was die Kids wollen. Ihr lagt falsch. Und das, äh, Ei an sich natürlich. Ich weiß nicht ganz, warum man den Löffel verwenden soll. Ich glaube, so rum und dann... Ich meine, es schmeckt wirklich okay. Es hat ein bisschen was von einem, äh, traurigen Raffaello. Das ist viel zu viel. Falsch wie falsch. Hör mich verarschen. Das ist falsch. Als ob ihr es so rum haltet. Was? Das ist falsch. Das ist doch die Schrift. Er wollte mich belügern. Ich hole noch die andere Kugel raus. Schauen wir, was die anderen drauf haben. Wer sich die breite Seite zu Gemüte führt, er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Jetzt mache ich das, äh, Oh, das Donkey Kong Ei auf. Uh, ah, Donkey Kong. Das ist der von... Sag mal, willst du den Stream übernehmen? Ja. Das ist nicht der Deacon Rap. Das ist das Opting von der Donkey Kong Country Show. Das ist viel besser. Oh mein Gott, das ist ein richtiges Spielzeug. Schau ich das an. Das ist einer von den Kooperlingen. Ich fühle es einfach. Das soll ein Kreisel sein oder so. Das soll ein Teil sein, an dem man, äh, Kabel ran macht. Können wir das erkennen da unten, äh, rechts? Das ist so trauriges Spielzeug. Also, ich mache jetzt... Ach, das ist ein Beyblade. Nein, das ist kein Beyblade. Äh, okay, das mache ich so ran. Und dann das andere. Dann fehlen natürlich noch die, äh, Aufkleber. Ich habe einen Luigi. So, dann versuche ich mal, den Luigi halbwegs drauf zu kleben. So, da kann man jetzt irgendwie, äh, Kabel ran machen, habe ich das so richtig verstanden. Habe ich ein Kabel gerade in Reichweite? Nehmen wir ein USB-Kabel. Und das kann man dann so... Wahnsinn. Das ist einfach... Mensch. Wenn ich das als Kind gehabt hätte, hätte ich mich ja so sehr gefreut. Das ist, damit man seine Kopfhörer da irgendwie rumwickeln kann und sowas. Äh, als nächstes... Oh. Joshua. Ihr wisst ja, wie man sagt. Wow. Hei, 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 hei. Yoshi-Geräusche. Die Blume hat eine, äh, was? Hat eine Fotofilterfunktion. Warte, was ist die Brausleitung da? Oh, das soll man über die Kamera von seinem Handy oder so machen und dann... Oh... Oh... Yo... Wow... Da hat mir wohl jemand was in meinen Tee gepackt. Wow... Kann ich das bei meinem Handy ran machen? Ich glaube, es geht gleich kaputt. Ich meine, es ist ja und nicht mein Handy. Okay. Dann machen wir jetzt, äh... Dann machen wir jetzt ein Selfie mit der Chat. Oh... 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 Äh... Das ist kein... Äh... Äh... Äh, ja... Das ist, ähm... Zaubernd. Ziemlich beeindruckend, oder? Ich kann's auch kaum glauben. Das war ein anderes Bild, das ich heute gemacht hab. Ich hab mir nämlich, äh... Digimon... äh... Digimon Battle Spirit gekauft. Das kam in der Hülle und man sieht nicht so oft, der Game Advance Spiel in der Hülle. Das hat mich sehr gefreut. So, wir haben noch... Genau, das Yoshi-Ei. Ich wollte es noch aufmachen. Oh Gott, ich bekomme die Eier nicht auf. Oh, er hat es gehört. Hat er gesagt, er bekommt die Eier nicht auf. Also. Oh, ich sehe den DK. Donkey Kong. Yo. Yo. Was ist... Ist das ein Ohrring? Okay, jetzt wird's ernst. Moment. Kann ich bitte... Yeah. Wenn ich das, werde ich vergessen. Versuch mich schlau daraus zu werden. Okay, das ist ein Schlüsselanhänger. Oh, das ist so fucking traurig und langweilig. Oh, dann habt ihr Donkey Kong immer bei euch. Äh. Das schaffe ich. Okay. Wahnsinn. Zum Glück hab ich das gemacht. Schauen wir uns das letzte Ei an. Äh. Oh, das hat besser geklappt, als erwartet. Was haben wir? Oh, nein. Ich hab schon wieder Luigi. Das dumme Teil mit den Kabeln. Sie wissen, dass es das enttäuschendste ist, der Kopfhörerhalter. Und deswegen packen sie ihn überall rein. Weil sie einfach wisst, dass sie niemand haben will. Deswegen bekommt man zu 19% den dummen Halter. Ich hasse es. So, wäre jetzt vielleicht gegen Ende die andere Seite hilfreich, um den Rest auszuschaben. Es gibt zwölf verschiedene Dinge. Okay, dann ist es einfach nur schwach. Es ist einfach nur unglücklich gelaufen. Ich hoffe, es gibt auch mehr Fotofilter. Das war nämlich, äh, das war das Beste von allen. Ah. Ah ja. Soviel dazu. Das waren, ähm, Kinderjoy-Überraschungen. Sind wirklich süß. Die Überraschungen meine ich. Die Überraschungen meine ich.